Ich unternehme meine Reisen, weder um zurückzukehren, noch um an ein Ziel zu gelangen. Gehen befreit meine Seele und Schritt und Tritt. Wohin wollte ich jetzt noch gleich? Fremdling, da du unsere Stadt und unser Land erreichtest, soll es dir weder an Kleidern noch anderer Hilfe fehlen. Ich stelle dir jede blöde Cola in Rechnung. Ich blickte um mich und sah nur mehr einen erloschenen Planeten, aus dem jede Verheißung verbannt war. Infolge der Geschwindigkeit dehnt sich die Zeit. Es müsste längst Oktober sein, hier aber immer noch August. 29.8. Ich scheine mich im Mondschatten erkältet zu haben, denn ich nieße ununterbrochen. 30.8. Ich scheine mich im Mondschatten.